Hochwertig, solide und bequem. So kann man die Solidline der Marke Carolus zusammenfassen. Bestehend aus drei verschiedenen Steckschlüsselsätzen in sportlichen und für Carolus speziell konzipierten Werkzeugkoffern. Das Sortiment bietet gute Qualität für gutes Geld. Durch stabile Scharniere und Metallverschlüsse wird eine lange Lebensdauer der Kunststoffkoffer gewährleistet. Die beiden großen Koffer sind zudem mit einem Zwei-Komponenten-Griff ausgerüstet. Der Anwender kann zwischen einem 43-teiligen 1,25 Zoll, einem 78-teiligen 1,25 bis 1,5 Zoll und einem Universalsatz wählen. Alle Werkzeuge haben ihren festen Platz im tritt- und schlagfesten Kunststoffkoffer und können so sicher und komfortabel transportiert werden. Einzelteile sind als Katalogware auch einzeln erhältlich. Solidline – der zuverlässige Bestseller von Carolus.